Hallo und herzlich willkommen bei Beer & Brezel Tabletop. Heute ist der 8.6.2021 und das ist meine Hobbywoche, in der ich über alles spreche, was mich in der letzten Hobbywoche so beschäftigt hat. Und ich möchte gleich einsteigen mit einem Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe und zwar ist das Cursed City. Der Fortsetzungsableger, Brettspielableger von Blackstone Fortress und Silver Tower Warhammer Quest und diesen ganzen Sachen. Das ist alles sehr ähnlich und das habe ich gespielt zusammen mit dem Sven, der das Spiel besitzt und auch die Figuren alle in Turbo Geschwindigkeit angemalt hat. Also super cool Sven, die sind auch richtig, richtig schön geworden und ich wollte da eigentlich nur kurz mal drüber sprechen über das Spiel, weil ich hatte das ja vor einiger Zeit, dass ich es mal kurz im Zulauf hatte, weil ich das von einem Freund bestellt hatte und dann überlegt hat, soll ich ein Unboxing machen, soll ich Spielberichte dazu machen und so weiter, weil ich eigentlich Blackstone Fortress ganz cool fand. Aber ich habe mich dann letzten Endes dagegen entschieden, ein Unboxing zu machen, weil, ja, keine Ahnung, ob ihr das so mitgekriegt habt, die Situation mit Cursed City, das war ja eigentlich so geplant, dass das ähnlich wie Blackstone Fortress, es sollte das Grundspiel rauskommen und dann mit Erweiterungen erweitert werden, also mit neuen Gegnern, neuen Monstern, eventuell neuen Helden und so weiter. Und kurz nach dem ersten Pre-Order, beziehungsweise nach den ersten Bestellungen, nachdem da schon irgendwie komplett, wie es gerade bei allen Games Workshop Sachen ist, gefühlt, der Bestand einfach komplett ausverkauft war innerhalb von kürzester Zeit, wurden dann relativ schnell Gerüchte laut, dass das Spiel nicht weitergeführt wird und es wurde dann auch relativ bald bestätigt, dass dieses Spiel nicht mehr verkauft wird und es ist dann auch verschwunden aus dem Games Workshop Online Shop und es gibt es jetzt nirgendwo und Händler haben auch Bescheid bekommen, dass das Spiel nicht mehr geben wird und so weiter. Und ich finde es ziemlich bescheuert, also weil es ist ganz klar, also wenn man sich dieses Spiel anguckt, wenn man sich die Regeln anschaut und auch die Regeln liest, dann sieht man sehr deutlich, dass ursprünglich geplant war, Erweiterungen zu bringen und es ist von den Regeln her auch eine ganz passable Weiterführung der Blackstone Fortress Regeln mit ein paar sinnvollen Ergänzungen, es gibt zum Beispiel jetzt eine Art Zeitlimit für Missionen, nach denen dann die Mission schwieriger wird, das heißt man kann sich nicht mehr ewig lang in der Mission rumdrücken, wie man das bei Blackstone Fortress machen konnte, es gibt mehr die Möglichkeit, dass unterschiedliche Arten von Gegnern in einer Mission auftauchen können, es gibt eben diese unterschiedlichen Missionsarten, es gibt weniger diese kleinen Missionen, die man aufbauen muss, während man so eine große Reise macht und so, es sind schon ein paar sehr gute Sachen dabei, sie haben allerdings auch ein paar ziemlich bescheuerte Sachen eingebaut, die auch schon im Internet durchgängig irgendwie durchgekaut wurden, wie zum Beispiel die eine Missionsart gibt's, wo man Champions jagen muss, also quasi besondere Modelle in Gegnereinheiten und da muss man dann eine bestimmte Zahl von Champions töten, bevor die Mission erfolgreich beendet ist, das sind zehn Stück und, aber die Art der Gegner, die in dieser Mission auftauchen, sind zufällig und nicht in jedem Gegnertyp sind Champions enthalten und das haben tatsächlich, ohne das jetzt großartig zu wissen vorher, dass Sven und ich gespielt zu einer Mission und hatten direkt die Situation, dass irgendwie die erste Einheit, wo ein Champion drin war, ist abgehauen, bevor wir den Champion töten konnten und dann haben wir irgendwie, ich glaube, wir hatten irgendwie zwei Stunden gespielt und waren dann irgendwie bei drei, vier Champions, die wir getötet hatten und haben uns dann spontan entschieden, hey, lass uns doch auf fünf Champions reduzieren und haben dann das Spiel beendet und das ist ein bisschen schade, weil es war wirklich ein gutes Spiel, es ist ein gutes Spiel, es macht Spaß von den Grundmechaniken, ich finde die Grundmechaniken von Blackstone Fortress auch schon mit diesen Aktivierungswürfeln und sowas, finde ich eine coole Sache, definitiv. Aber die Missionsstruktur war ein bisschen blöd. Das könnte man alles beheben, da gibt es auch schon ganz tolle Community Mods und sowas, die die Regeln da entsprechend anpassen und es dann auch spaßiger machen und die anderen Missionsarten machen wohl auch deutlich mehr Spaß, aber es ist alles relativ egal, weil das Spiel gibt es nicht mehr und es haben irgendwie nur eine Handvoll Leute tatsächlich gekriegt und der Rest, der ihre Hände drauf gekriegt hat und da, wo man es noch kriegen kann, das ist von irgendwelchen Scalpern, wo es dann für mehrere hundert Euro verkauft wird, was ich auch nicht in Ordnung finde und dementsprechend, ja, war das so ziemlich der einzige Content, die ich bringen werde zu Cursed City. Ich wollte einfach nur mal sagen, das Spiel, wenn ihr es habt, wenn ihr noch überlegt, ob ihr es vielleicht weggeben sollt oder wie auch immer, probiert es aus, das ist ein gutes Spiel, die Figuren sind bombastisch, also die Figuren sind richtig, richtig toll, aber mit der Verkaufsstrategie von Games Workshop bin ich da absolut nicht eins, beziehungsweise in dem Fall ist es ganz komisch, weil es halt niemand so richtig weiß, woran es liegt und es so eine ganz spontane Sache war und es ganz offensichtlich anders geplant war, klar, immer Corona und sowas ist immer ein Thema, über das man sprechen kann und das da natürlich auch einen Einfluss gehabt haben kann, aber das ändert nichts daran, dass Games Workshop da einfach komplett stillschweigt und einfach gar nichts rausgibt dazu, was ich sehr schade finde, weil man kann drüber streiten, woran das liegt, aber worüber man nicht streiten kann, ist, dass eine gewisse Transparenz schon ganz cool wäre in dem Fall, einfach damit die Leute wissen, woran es jetzt letzten Endes lag. Aber große Firma gibt ungern interner Preis, das weiß ich. Genau, das ist Nummer eins, dann gehen wir direkt noch zum zweiten Games Workshop Thema und zwar ist das Age of Sigma Dominion, die neue Age of Sigma Edition beziehungsweise Dominion ist das neue Starter Set von Age of Sigma und das ist auch so ein Punkt, wo ich eigentlich nur so ein kurzes Statement abgeben wollte, weil ich nämlich sehr viele Nachrichten gekriegt habe von unterschiedlichsten Leuten, die alle gemeint haben, oh Tobi machst du was zu Age of Sigma, hey Tobi hast du die neue Starter Box gesehen, oh Tobi hast du die neuen Orks gesehen und ja, ich habe die neuen Orks gesehen, die in der Box drin sind. Ich finde sie tatsächlich auch vom Design her echt cool, weil sie so ein interessanter Mix sind aus den Warhammer Orks, also mit den dicken Kinnen und so und den, ja, also für mich erinnern sie tatsächlich ein bisschen an so Herr der Ringe Orks, was ich auch cool finde, weil ich auch Herr der Ringe Orks cool finde und ich habe allerdings nicht vor irgendwas zu Age of Sigma zu bringen in nächster Zeit, weil einfach auch hier wieder diese Dominion Box ist auch wieder eine limitierte Box, das heißt wir werden wieder genau die gleiche Situation haben wie mit der Indomitus Box bei Warhammer 40k, dass es ein paar wenige Boxen an die Händler rausgehen werden und die werden sofort ausverkauft sein, fünf Minuten nach Release der Vorbestellung, dann werden sich ganz viele Leute darüber aufregen. Die Händler werden den Hauptfokus des Ärgers wieder abkriegen bei den Leuten, die keine Box mehr gekriegt haben, dann wird es wieder die Scalper geben und so weiter und so weiter und das ist einfach keine gute Situation und das möchte ich nicht unterstützen, ganz abgesehen davon, dass Age of Sigmas nicht wirklich nötig hat von so einem kleinen Kanal wie mein Promoter zu werden. Die haben ihre eigenen Promotionskanäle, ich meine, guckt euch diesen Trailer an, den die raushauen. Also die brauchen niemanden wie mich, die haben genug Aufmerksamkeit, die haben genug Leute, die ihr Zeug kaufen und ich fokussiere mich dann lieber auf Spiele, die mich persönlich interessieren, die ich auch spielerisch interessanter finde. Ich weiß, Age of Sigmas macht mir mehr Spaß als Worm of 40k, aber die Richtung, in der die Regeln jetzt wieder gehen, sind ein paar interessante Sachen dabei, wie eben die Möglichkeit, Reaktionen zu machen während der Heldenphase, beziehungsweise nicht während der Heldenphase, sondern mit Helden auch auf Aktionen des Gegners zu reagieren. Das ist ganz nett. Andererseits machen sie es dadurch natürlich auch wieder noch komplexer und mit diesen zusätzlichen Monster-Aktionen, die es geben wird, wird das Ganze auch komplexer und ich weiß einfach nicht, das wird mir dann schon wieder zu viel, weil es für mich schon immer anstrengend ist, ein Age of Sigmas Spiel zu machen, weil ich es nicht gespielt habe, weil ich schon wieder irgendwie mich durch Tonnen an Material durchwühlen muss, um wieder rauszukriegen, was denn jetzt gerade aktuell ist. Und ich habe sowieso ein paar Beefs mit den ganzen Battletome-Geschichten, die immer so super schnell nicht mehr aktuell sind und so und möchte es eigentlich auch nicht wirklich unterstützen. Also seht es mir nach, ich habe da einfach nicht so wahnsinnig viel Interesse dran an dem Ganzen und ich bin mir aber sicher, ja, bin mir aber sicher, dass Games Workshop da ihre eigenen Kanäle haben, mit denen sie genug Aufmerksamkeit generieren können. Ja, genau, das ist das Thema. Dann habe ich als nächstes eine Neuanschaffung in meiner Hobbysammlung, die ich euch gerne zeigen will, weil ich da super stolz drauf bin. Und zwar wisst ihr vielleicht, ich bin ein gigantischer Dune-Fan. Also Dune, der Wüstenplanet von Frank Herbert, der Roman. Auch gibt es mehrere Filme dazu, eine Fernsehfilmreihe und den Film aus den 80er Jahren von David Lynch. Und es ist jetzt gerade natürlich der neue Film in der Mache, auf den ich auch schon sehr gespannt bin, wo ich allerdings noch nicht besonders viel mir angehuckt habe, weil ich mich nicht zu arg irgendwie vorbelasten will mit Informationen. Aber mein erster Kontakt mit Dune war tatsächlich der 80er Jahre Film von Lynch. Und ich weiß, unter Dune-Buchfans ist der nicht wirklich beliebt. Ich weiß, es gibt einige Fans davon, ich gehöre dazu, ich bin da wirklich ein Riesenfan davon, allerdings vor allem wegen der Ästhetik. Ich finde, David Lynch hat die Ästhetik vom Dune-Universum einfach perfekt eingefangen. Mit diesem abgedrehten Setting, den Kostümen, den Kulissen, alles war einfach richtig, richtig gut. Auch wenn die Story nicht besonders gut umgesetzt war und eher verwirrend war, aber es ist halt Lynch, ne? Und ich bin schon seit Ewigkeiten auf der Suche nach Miniaturen, die irgendwie das so ein bisschen widerspiegeln. Und da bin ich jetzt vor kurzem auf die Miniaturen gestoßen, die ihr hier seht. Das ist die Webseite vom Argus Neugebauer, adpublishing.de. Den link ich euch in der Videobeschreibung. Und der hat vor etlichen Jahren mal so ein paar Miniaturen angemalt, die direkt basierend sind auf den Minaturen, auf den Charakteren aus den Dune-Filmen von Lynch. Also wer die Filme kennt, erkennt sofort die Charaktere wieder. Und die hat er nicht selber produziert, die Miniaturen, die hat er von jemand anderem, der die eine Zeit lang privat gegossen hat und auch teilweise privat verkauft hat. Und ich habe immer versucht, an diese Figuren ranzukommen, also auch schon länger. Und war aber nie, habe nie Glück gehabt und habe es jetzt nochmal probiert. Habe über irgendwelche obskuren Foren den Schöpfer hinter diesen Figuren ausfindig gemacht. Habe den kontaktiert und habe aber leider kein Glück gehabt. Der hat nicht reagiert. Der reagiert allgemein leider nicht mehr anscheinend auf Nachrichten. Da gab es wohl auch eine Situation mit, dass dem das Haus abgebrannt ist. Und es kann gut sein, dass einfach die Gussformen auch einfach nicht mehr existieren. Und dann habe ich so als letzte Chance noch den Argus angeschrieben. Und der Argus hat mir geantwortet und hat auch bestätigt, was meine, mein Eindruck war, ja, an die Figuren kommt man nicht mehr wirklich ran. Aber er hat mir angeboten, dass er mir seine verkaufen kann. Also sowohl die Bemalten, die ihr hier auf den Bildern seht, als auch die restlichen Unbemalten, die er noch hat. Und das ist schon ein ganz schöner Packen. Also 50 Figuren oder sowas habe ich da jetzt. Und jetzt habe ich die Unminiaturen. Und ich wollte es euch einfach mal erzählen, weil ich finde es so cool, weil das ist meine Kindheit. Also das ist wirklich, ich habe diesen Film damals, als wir den auf VHS hatten, ich habe den verschlungen. Immer und immer wieder. Und ich fand da, ich glaube, das ist mit ein Grund dafür, für meine spätere Faszination, auch für Warmer 40K und Tabletop. Weil natürlich auch Warmer 40K von Dune so stark beeinflusst war. Und auch diese Ästhetik, die hier mit drin ist, eben mit die Ästhetik von Warmer 40K auch beeinflusst hat. Und ich, für mich ist das einfach wirklich ein Stück Kindheit, was ich hier habe, jetzt auch als Miniaturen habe, als richtig, richtig toll bemalte Miniaturen. Und die restlichen Miniaturen, die bemalt mir der großartige Andreas, wo ich letzte Woche in der Hobbywoche seinen Instagram-Kanal vorgestellt habe, Dawn's Fist. Weil der auch ein riesen Dune-Fan ist und sich natürlich auch total freut, solche Figuren mal anmalen zu können. Und das ist jetzt so ein bisschen natürlich auch mit einem weinenden Auge, weil ich würde euch liebend gerne sagen, wie ihr an diese Figuren rankommen könnt. Weil ich finde die ganz großartig. Die haben so viel Charakter, sind alle handgesculptet. Und ich kann es euch leider nicht sagen, weil die Figuren existieren einfach nicht mehr. Und das ist sowas, deswegen bin ich Sammler, weil ich mich unfassbar freue, wenn ich an sowas noch rankomme, wo man irgendwie sonst nirgends von mir rankommt. Und das wollte ich euch einfach mal zeigen. Eine Ahnung, vielleicht habt ihr ja auch irgendwie eine eigene Quelle für Miniaturen, die irgendwie auf Dune basieren oder vielleicht an Dune erinnern. Oder vielleicht habt ihr ja schon eigene Dune-Figuren mal gebastelt. Könnt ihr super gerne mal mir erzählen. Auf Instagram Bilder schicken, auf Facebook Bilder schicken oder im Kommentarbereich einfach mal kommentieren. Würde mich super interessieren, auch was ihr irgendwie von dem Ganzen haltet. Super gerne, aber für mich ist es echt ein riesengroßes Glück. Nächstes Thema ist der Moonstone The Arising Kickstarter. Habe ich schon in einer der letzten Hobbywochen mal darauf hingewiesen. Da habe ich die Miniatur gezeigt, die Explosive, die da dabei ist. Wollte ich nur noch mal kurz darauf hinweisen, dass der Kickstarter gestartet ist. Das ist auch einer von diesen super kurzen Kickstartern. Ihr seht es, der läuft auch nur nach sieben Tage. Einfach bloß, weil Moonstone ein gigantisch tolles Spiel ist. Habe ich schon einen Spielbericht dazu online und ich habe schon ein Vorstellungsvideo, ein längeres dazu online, wo ich sehr lange erkläre, was das ist. Hintergrund, Miniaturen und so weiter. Also guckt es einfach an, verlinke ich euch natürlich auch. Und der Arising Kickstarter, der bringt noch mal so ein extra Erweiterungsbuch dazu und so ein paar Kampagnenkarten und eben diese exklusive Miniatur, die man in einem speziellen Szenario benutzen kann. Ansonsten ist es einfach nur eine alternative Miniatur für eine bestehende Miniatur, die es schon gibt. Das heißt, das ist jetzt spielerisch nicht exklusiv, sondern einfach bloß die Miniatur ist exklusiv. Und ja, der Kickstarter selber, also ich werde da jetzt erstmal nicht mitmachen, weil ich finde es ein bisschen happig, die 60 Pfund für das Buch und ein paar Karten und die eine Miniatur. Aber ich wollte trotzdem darauf hinweisen, weil, also das Buch wird es nachher auch im regulären Handel geben, weil die haben ja einen eigenen Online-Shop, also das ist dann nichts Exklusives. Also wenn man nur das Buch will, kann man sich dann auch nachher das bestellen. Deswegen mache ich da jetzt nicht mit, weil ich es aktuell nicht brauche. Aber die Kickstarter von Moonstone sind auch immer eine ganz gute Gelegenheit, sich größere Mengen von Moonstone-Miniaturen mit Rabatt zu holen. Weil die gibt es nicht in vielen Online-Shops, die zieht man primär aus deren Online-Shop selber. Und hier gibt es eben verschiedene Deals für Neuspieler, wo man eben Geld sparen kann im Vergleich zu den Neupreisen. Und da wollte ich nur darauf hinweisen, also wenn ihr vielleicht gerade mit dem Gedanken spielt, das Spiel anzufangen oder Freunde habt, mit denen ihr zusammen vielleicht da mitmachen wollt, dann könnt ihr es sich eventuell anbieten, sich das einfach mal anzuschauen, weil ihr da eben noch ein bisschen was sparen könnt. Und ihr kriegt dann eben die Exklusiv-Miniatur auch direkt noch dazu. Und ja, da gibt es eben einige verschiedene Angebote. Ich will jetzt gar nicht großartig weiter darauf eingehen, einfach bloß für euch als kleiner Hinweis. Dann habe ich in der letzten Woche euch ja Space Kraken vorgestellt, das Kickstarter-Abenteuerbuch-Projekt von Markus Geiger aus Deutschland. Und der liebe Markus hat mir halt einfach mal direkt den Prototypen von diesem Spiel zugeschickt. Also der hat da quasi einen Prototyp schon erstellt mit diesem Buch, wo auch schon diese coolen Elemente drin sind. Das ist ein bisschen schwierig zu zeigen hier. Mit diesen aufklappbaren Karten, die man zum Beispiel für Kämpfe und sowas benutzt. Und ich habe da noch keine Zeit gehabt, wirklich reinzuschauen. Ich habe bloß gesehen, dass es einfach schon jetzt als Prototyp irgendwie mega gut aussieht. Also mit richtig tollen Illustrationen drin und sowas. Ich finde einfach diesen Malstil unfassbar genial. Auch das Cover finde ich richtig cool. Und das wollte ich euch einfach auch nochmal kurz zeigen und auch ein bisschen fragen, ob ihr da generell Interesse dran habt. Weil ich weiß, es ist nichts mit Miniaturen, es ist nur dieses Buch. Aber ich könnte natürlich, wenn da genug Interesse dran besteht, auch mal so ein kleines Playthrough von einer Runde einfach mal als Video aufzeichnen oder so. Das ist sicher machbar. Aber dafür muss ich eben genug Interesse haben, weil es ist natürlich nicht der Fokus meines Kanals. Und ansonsten könnt ihr da auch weiterhin auf der Kickstarter-Seite gucken. Die haben jetzt gerade 80.000 Euro überschritten. Also das läuft ziemlich gut. Das Spiel wird es auch auf Deutsch geben, sowie auf Englisch. Beides auch von professionellen Textern und Übersetzern bearbeitet. Also da muss man keine Sorgen sich machen. Und ich glaube, das wird richtig gut. Das wird richtig, richtig gut. Und ich freue mich jetzt schon, das hier auszuprobieren. Deswegen wollte ich das auch nochmal hier kurz erwähnen. Ist natürlich dann auch nochmal direkt in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann haben wir noch als letzten Punkt meinen Instagram der Woche. Und der wird einigen von euch wahrscheinlich auch schon geläufig sein. Schon allein deswegen, weil er irgendwie schon doppelt so viele Abonnenten hat wie ich. Bei Instagram, und das hat auch einen guten Grund, weil der liebe Flo von Titus Painting ist ein super genialer Maler. Ein super korrekter Typ. Und hat für mich auch schon ein paar Sachen bemalt. Ich habe auch schon so eine kleine Koop mal mit ihm gehabt. Betresst Video und sowas, weil er auch einen YouTube-Kanal hat. Verlinke ich auch in der Videobeschreibung. Und der Flo hat so einen ganz, ganz, ganz besonderen Malstil. Der arbeitet ganz viel mit Leuchteffekten. Und hat einen ganz besonderen Fable für Unterwasseroptik. Also gerade diese Unterwasserleuchtoptik. Und ist eben auch jemand, der einen sehr ähnlichen Geschmack hat wie ich. Hier seht ihr zum Beispiel auch die Mythos-Figuren, die er für mich bemalt hat damals. Für meine Mythos-Videos. Und der hat ganz, ganz besondere Sachen da auf seinem Instagram. Und auf seinem YouTube-Kanal bringt er auch immer wieder Maltutorials, wie er das macht. Er hat auch schon bei mir auf dem Kanal mal ein Maltutorial gebracht. Das kann ich euch auch gerne verlinken. Das zeige ich euch sehr, sehr gern. Und er macht einfach mega cooles Zeug. Macht gerade auch was zu Rangers of Shadow Deep. Und ich glaube, zu Stargrave wollte er auch was machen. Genau, dann hat er hier so eine super abgedrehte Bande gerade am Basteln. Also wenn es euch interessiert, schaut auf jeden Fall mal bei Titus Painting vorbei. Und sagt Hallo von mir. Das würde mich freuen. Und das war's. Das waren meine Punkte für diese Woche. Und ihr habt gesehen, das ist jetzt das Falsche. Und das ist das, was ich brauche. So. Ich hoffe, es war so ein bisschen was dabei, was euch interessiert. Und wie immer, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die ich mir vielleicht diese Woche mal anschauen sollte, für die nächste Woche oder sowas, dann schreibt es gerne in den Kommentaren. Ich freue mich über alle Tipps. Alles, was ich mir irgendwie angucken kann, wäre super toll. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch. Und abonniert den Kanal, wenn es noch nicht gemacht hat. Klickt auch gerne mal auf die Glocke bei meinen YouTube-Videos. Dann werdet ihr auch immer benachrichtigt, pünktlich, wenn meine Videos online gehen. Aber natürlich gibt es dann auch wieder Ende der Woche mein nächstes Video. Da gibt es wieder einen Spielbericht, könnt ihr euch schon drauf freuen. Und das war's von mir. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.